Und da ist der nächste Part von Unreal Tournament 2004, Capture the Flag. So, Team ist ausgewählt und wir fangen direkt an. Oh, und jetzt sieht es richtig schlecht aus, weil wir nur in der Aggressivität gleich stark sind. Und in allen anderen Punkten sind wir deutlich unterlegen. Aber dürfte eigentlich kein Thema sein. Oh, die sind schon eine Ecke härter als eben. Ah, schade. Ah, das wird schon eine Ecke härter. Das merke ich schon. Erstmal schön das Adrenalin aufsammeln. Ah, Leben brauche ich noch nicht. Stirb doch! Kann doch nicht sein. Ah, super. Die Flagge wieder fallen gelassen. Dann versuche ich mal mein Glück. Rote Flagge erobert. Rote Flagge erobert. Das ist aber alles ziemlich hier... ...complicious. Rote Flagge, blaue Flagge. Rote Flagge erobert. So, jetzt habe ich die Flagge. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier schnell wieder wegkomme. Feindlicher Flaggenträger ist hier. Umwagstab. Super, ich habe kein Leben mehr. Ich brauche hier oben unbedingt... Das ist schon mal ein Anfang. Da läuft der Flaggenträger von denen. Ich versuche jetzt einfach hier reinzukommen. Super. Bam! Junge! Jetzt brauche ich schnell Hilfe, dass die mir hier helfen. Dass ich hier schnell reinkomme. Weil ich mich gerade tierisch verlaufen habe. Ich dachte, man konnte da an der Seite auch rein. Zeug, dass unsere Flagge auch da ist. Ja. 1 zu 0. So, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zur anderen Seite. Oh, da hatte einer den Redeemer. So, da ist der Rocket Launcher da. Rote Flagge erobert. So, jetzt schnell hier bei den Roten rein. Da läuft Jakob. Rote Flagge fallen gelangt. Rote Flagge zurückgeholt. So. Jetzt versuche ich sie mir zu holen. Rote Flagge zurückgeholt. Ich habe sowieso das Gefühl, das Spiel geht diesmal nicht bis 2, sondern bestimmt bis 3. 3. So, Adrenalin voll auf Geschwindigkeit gesetzt. komm 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 okay geht nicht bis 2 so das ist schon mal gut dass wir jetzt zwei punkte in führung sind so dann auf zur roten basis wieder schön adrenalin aufsammeln hier soll die flakkanone blaue flagge erobert da muss ich gucken dass ich jetzt schnell die rot kriege erstmal hole ich mir das schild hier so bleibe ich hier weil ich bezweifle sehr dass der mit der flagge komplett durchkommt da habe ich doch gesagt gucken wo geht es hier lang ja bis jetzt gut geklappt hier oben rum zu gehen darum so ist auch jetzt wieder da ist mein ganzes team ja schon super ganzes team bei mir bringt überhaupt nichts dann nächster versuch so ah adrenalin aufsammeln weil hat ja eben sehr gut geklappt mit dem adrenalin schön die flagge erobert adrenalin auf geschwindigkeit und dann waren wir auch ziemlich schnell von denen weg ja okay der hat jetzt dieses ding doppelter schaden da ist noch mehr adrenalin ja scheiß blocker nächster versuch jetzt habe ich gar keine waffe da ist das doch jetzt adrenalin voll so jetzt versuche ich hier raus zu kommen und dann wieder adrenalin auf geschwindigkeit und gucken dass ich schnell rüber in mein lager komme und dann auch mal hoffen dass das spiel nicht bis drei geht ja super hat nichts gebracht ja das spiel schon eine ecke härter als im letzten part so erstmal wieder ein bisschen adrenalin sammeln und da kommt schon der nächste gut den habe ich jetzt gekriegt ja blaue flagge erobert ja blaue flagge erobert schön ach fuck was mache ich denn jetzt mit der waffe super super nimmt sich die den raketenwerfer den ich habe rote flagge zurückgehoben rote flagge erobert rote flagge erobert so das leben und adrenalin werde ich mir beides holen fuck man es ist doch scheiße gerade aber richtig so jetzt hole ich mir erstmal das schild rote flagge erobert rote flagge erobert ab ja das war schon mal gut gut jetzt wieder aufrichtung flagge traur Schlau-Flagge heil! Rote Flagge erobert! Das gleich ist Spaß! Fuck, man! Scheiße! Ich komm immer genau bis zur Hälfte! Rest seit 5 Minuten. Ja, super. Rote Flagge erobert! Blaue Flagge erobert! Rote Flagge zurückgeholt! Rote Flagge erobert! Rote Flagge erobert! So, nächster Versuch! Schild aufsammeln! Blaue Flagge fallen gelassen! Baaah! Hey! Rote Flagge erobert! Scheiße, ey! Ich komm auf dieses Level ja echt nicht klar! Rote Flagge zurückgeholt! Schild aufsammeln! 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 Untertitelung des ZDF, 2020